Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto Vlog. Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Heute schauen wir uns die Abrechnung meines Tesla Model S75 für das erste Quartal 2018 an. Ich zeige euch genau, wie viel ich gefahren bin, welche Kosten ich hatte und wie die Kosten sich im Vergleich zu meinem anderen Auto, was ich vorher hatte, dem Seat Alhambra, bewegen. Noch mal zur Erinnerung, ich habe das S75, das Einsteigermodell im Prinzip, habe das seit letztem Jahr im Juni, habe ein bisschen Sondererstattung, Glasschiebedach, Premium-Sitzpaket. Damals hat das Auto 82.000 Euro gekostet. Ich sage das euch, weil ich immer wieder höre, Model S ist so teuer, das kann ich mir nicht leisten. Ich weiß, dass das viel Geld ist, aber man kriegt mittlerweile auch schon Neuwagen von Tesla für 65.000 Euro. Damit meine ich nicht die Sparversion ohne Komfortpaket, sondern ein normal ausgestattetes Tesla Model S. Man muss ein bisschen danach suchen, die sind natürlich nicht sofort verfügbar oder kann man nicht extra bestellen, aber bei den verfügbaren Neuwagen kann man immer wieder mal Glück haben. Das vielleicht für euch als Tipp, denn bei 65.000 Euro ist man auch schon so in dem Bereich eines Passats, gut ausgestattet, BMW 5er, Audi A6 und so weiter. Also das heißt, wenn man vor allen Dingen als Unternehmer sich ein Elektroauto kaufen möchte und Langstrecke fahren will, ist der Tesla durchaus interessant. Aber jetzt geht es nicht darum, den Tesla zu erklären, sondern wir wollen sehen, was ich im Quartal 1 ausgegeben habe und wie viel ich gefahren bin. Schauen wir uns den ersten Monat an, und zwar der Januar. Dort bin ich im Prinzip nur eine einzige Langstrecke gefahren. Und zwar am 4. Januar bin ich nach Berlin gependelt, von Kiel nach Berlin und zurück an einem Tag und habe hier 700 Kilometer, gut 700 Kilometer zurückgelegt von den insgesamt 800 Kilometer in dem Monat. Wie ist es dazu gekommen, dass ich nur so wenig gefahren bin? Ganz einfach, am 11. ist das Tesla Model S abgeholt worden. Es ist in die Werkstatt gefahren worden, zum Karosseriebauer, denn der sollte endlich die Heckklappe anpassen, damit sie ins Auto passt. War immer noch ein Auslieferungsproblem oder Schaden von Juno. Das Ganze hat gut drei Wochen gedauert. Und ich hatte Glück, dass ich dann zu der nächsten großen Fahrt endlich dann noch mein eigenes Auto wieder zurückbekommen habe. Denn im Januar hatte ich das Pech, waren wir in Dänemark unterwegs, dass mir dann auch noch bei eingeschalteten Autopilot ein Reh ins Auto gesprungen ist, leider auch gestorben ist. Aber da sieht man eben auch, dass es mit dem Autopiloten durchaus zu Unfällen kommen kann. Wenn euch das Video interessiert, was da passiert ist, schaut euch das an. Ich werde das hier einblenden bzw. den Link unten in der Beschreibungsbox einfügen. Insgesamt habe ich auf den knapp 800 Kilometern 185 Kilowattstunden verbraucht. Das heißt, wir hatten so einen Durchschnittsverbrauch von 23,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das ist übrigens auch der Verbrauch, den ich im gesamten Winter, also während der Fahrt mit Winterreifen, verbraucht habe. Das war also der durchschnittliche Verbrauch. Wie hat sich der Verbrauch auf den Monat verteilt? Ich habe trotz der einen Langstrecke relativ wenig Supercharger-Anteil. Denn wenn wir uns hier anschauen, ich habe ja 78 Kilowattstunden am Supercharger geladen, zu Hause 85. Und dann an der Choresserie-Werkstatt sind nochmal 47 Kilowattstunden dazugekommen, zuzüglich meiner Ladung in Berlin, während ich dort unterwegs war. Denn ich lade ungefähr die Hälfte für so einen Berlin-Trip am Supercharger. Das sind hier diese 78 Kilowattstunden. Und die andere Hälfte lade ich zu Hause bzw. dann vor Ort während der Zeit, wo ich das Geschäftstreffen habe. Wie sah der Februar aus? Wie gesagt, ich hatte richtig Glück, dass ich mein Auto dann noch zurückbekommen habe. Denn ich bin ja die ganze Zeit mit dem beschädigten Auto dann noch umgefahren. Und habe dann am Vorabend der Abreise nach Sölden mein Auto wieder zurückbekommen. Deswegen konnte ich da auch noch nicht so viel testen. Habe dann auch am nächsten Tag richtig winterliche Verhältnisse bei der Fahrt gehabt. Das heißt, da war richtig viel Schnee erstmal auf der Autobahn und dann schneit es die ganze Zeit, nachdem der Schnee dann nicht mehr auf der Autobahn lag. Und dementsprechend ist der Verbrauch hier auch relativ hoch. Du siehst, 2500 Kilometer bin ich gefahren im Februar und hatte einen Durchschnittsverbrauch von 24,3 Kilowattstunden. Ich habe von den geladenen 600 Kilowattstunden 500 am Supercharger geladen. Hier ist der Anteil natürlich gigantisch. Wie gesagt, es war hauptsächlich die Langstrecke. Ansonsten habe ich noch ein paar Testfahrten, nachdem ich dann wieder zurückgekommen bin, gemacht, um zu sehen, ob zum Beispiel das Performance Upgrade installiert worden ist. Dabei haben wir auch die ein oder andere Schwierigkeit bzw. Beschädigung festgestellt beim Auto. Und auch noch die fehlenden Arbeiten, die nicht gemacht worden sind. Dazu gibt es auch ein extra Video zum Performance Upgrade. Kannst du dir gerne anschauen. Den Link ist auch wieder in der Beschreibungsbox. Und ansonsten stand das Auto rum. Wenn du dir die Übersicht anschaust, ist es schon krass. Eine 5 Tage ist das Auto nur im Februar von 28 bewegt worden. Also der ideale Fall für einen Pufferspeicher, wenn ich bidirektionales Laden möglich machen könnte, bei meinem Model S wäre das der ideale Pufferspeicher. Das heißt, ich könnte die Photovoltaikanlage nutzen, um meinen Akku zu beladen beim Model S und dann zum Beispiel nachts den Strom wieder zurückgeben. Denn ich habe das mal ausgerechnet, wir verbrauchen so ungefähr 9 Kilowattstunden Strom für unser Haus. Das heißt also so 3.500 Kilowattstunden im Jahr. Liegt unter anderem daran, dass wir eben halt hier zu Hause leben und arbeiten. Also ungefähr zu zweit so viel verbrauchen wir eine dreiköpfige Familie. Mit den Elektroautos verbrauchen wir insgesamt rund 9.000 Kilowattstunden. Das heißt 15 Kilowattstunden pro Tag kommen von den Elektroautos noch dazu. Das ist also richtig viel Bewegung insgesamt drin. Und dementsprechend könnte man natürlich, wenn man jetzt den Hausstrom nimmt, mit dem Akku durchaus 7 Tage überbrücken. Also eine Woche könnte ich aus dem Akku vom Tesla Model S zehren. Der positive Nebeneffekt wäre, wenn der Akku immer wieder geladen und entladen wird, dass ich nicht so viel unter dem Vampireffekt leide. Denn so in der Spitze 2 Kilowattstunden pro Tag verbraucht der Tesla ja einfach nur dadurch, dass er rumsteht. Und dann würde er sozusagen genutzt werden. Nachteil beim bidirektionalen Laden ist natürlich, dass der Akku Ladehub hat. Also sprich genutzt wird natürlich nicht so intensiv wie beim Fahren, wo dann sehr viel Leistung abgefordert wird. Und beim Superchargen auch wieder viel Leistung reingepumpt wird. Aber der Akku wird natürlich genutzt und altert dann entsprechend mehr, als das seine Kilometerlaufleistung bedeuten würde. Wie gesagt, nur wenige Fahrten im Februar. Deswegen habe ich das Ganze auch zum Quartalsbericht umgewandelt und nicht mehr monatlich berichtet. Schauen wir uns nochmal den März an. Hier bin ich so 1200 Kilometer rund gefahren. Lag unter anderem daran, dass ich auch das Auto wieder nur 5 Tage in den 31 Tagen bewegt habe. Eine Fahrt nach Berlin war wieder drin. Und dann bin ich einmal zum Tesla Owners Symposium, ehemals Tesla Tuesday, gefahren. Und habe mir auch den Jaguar I-Pace angeschaut. Dazu gibt es auch ein Video in der Beschreibungsbox oder hier oben kannst du dir das anschauen. Dort habe ich mich mal intensiv mit dem I-Pace live beim Private Viewing in Hamburg beschäftigt. Auch hier wieder ein wunderbarer Monat, um als Pufferspeicher das Auto zu nutzen, damit es nicht nur rumsteht. Wie war der Durchschnittsverbrauch? 23 Kilowattstunden habe ich im Durchschnitt verbraucht. Der Supercharger-Anteil war eher gering, besonders im Vergleich zum März. Ich habe 128 Kilowattstunden am Supercharger geladen. Zu Hause waren es fast 200 Kilowattstunden. 137 Kilowattstunden und unterwegs dann 54 Kilowattstunden. Hier habe ich mich natürlich sehr gefreut. Da konnte ich endlich mal den abgegradeten Wechselstromlader nutzen. Denn mein Model S gehörte zu der Generation, wo die Standardausführung 11 kW Ladeleistung waren. Obwohl von der Hardware 16,5 zur Verfügung stehen. Bei der Reparatur ist das geupgradet worden, sodass ich eben jetzt deutlich mehr laden kann. Nämlich 16,5. Das hört sich erstmal nicht so viel an, ist aber für mich entscheidend. Denn das bedeutet, wenn ich zum Beispiel 2 Stunden den Geschäftstermin in Berlin habe, konnte ich vorher nur 22 Kilowattstunden laden. Du siehst am Durchschnittsverbrauch, das reicht im Winter noch nicht mal für 100 Kilometer. Im Sommer komme ich damit gut 100 Kilometer weit. Kann ich jetzt aber 33 Kilowattstunden laden, dann komme ich eben 150 bzw. sogar 180 Kilometer weit. Warum ist das für mich relevant? Ganz einfach, auf meiner Strecke zwischen Kiel und Berlin gibt es zwei Supercharger. Von Berlin aus gesehen ist der erste Supercharger nach 104 Kilometer in Herzsprung und der zweite in Wittenburg. Das sind so rund 200 Kilometer. Kann ich also während meiner Geschäftstermine den Akku wieder so voll machen, dass ich zum Supercharger nach Wittenburg komme. Dann komme ich natürlich schneller durch, weil ich einmal mir die Ladezeit bzw. die Anfahrt zum Laden spare. Deswegen bin ich immer daran interessiert, in Berlin so viel zu laden, dass ich dann eben halt nach Wittenburg wieder zurückkomme. Und da lade ich dann so viel, dass ich nach Hause komme. Und insofern lade ich ungefähr die Hälfte auf der Strecke am Supercharger und die andere Hälfte dann unterwegs oder in Berlin. Gucken wir uns mal die Zahlen fürs Quartal an. Insgesamt habe ich mehr als 1 Megawatt Energie mit meinen Fahrten mit dem Tesla Model S verbraucht. Also 1.105,9 Kilowattstunden. Ich bin damit 4.428,3 Kilometer gefahren und habe somit einen Durchschnittsverbrauch von 23,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das ist relativ viel, aber du hattest ja in den Monatsabrechnungen auch gesehen, dass die Fahrt nach Sölden mit dem hohen Verbrauch durch die Witterungsverhältnisse, Kälte, Schnee, Nasse, Fahrbahn oder auch Schnee auf der Autobahn, hat natürlich zu einem hohen Verbrauch geführt. Und da das 2.500 Kilometer in der 4.400 waren, kommt das natürlich dann auch zum Tragen. Insgesamt vielleicht für dich so als Info, habe ich in der Zeit, wo ich die Winterreifen drauf hatte, 23,2 Kilowattstunden verbraucht. Und insgesamt die gesamte Fahrstrecke inklusive der mit den Sommerreifen, liege ich jetzt so bei 20,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Der Supercharger-Anteil von den 1.105,9 Kilowattstunden waren 707,6, das sind 64 Prozent, ist also relativ hoch. Wie gesagt, ich habe kein typisches Fahrprofil, die meisten laden deutlich mehr zu Hause und du kriegst ja, wenn du jetzt einen Tesla kaufst, 400 Kilowattstunden Supercharger-Gutschrift, dann musst du extra bezahlen. Wenn du es verhindern willst, meine Empfehlung, nimm meinen Link unten in der Beschreibungsbox vom Video, dann kriegst du, wenn du es als Erster machst, sogar noch 500 Euro vom Kaufpreis des Teslas geschenkt. Und ansonsten bekommst du nicht nur die 400 Kilowattstunden, sondern solange du diesen Neuwagen nutzt, kostenloses Superchargen. Das heißt, bei mir macht das schon eine Menge aus. Wie viel werden wir uns gleich anschauen. Für die 1.105 Kilowattstunden habe ich 141,40 Euro Stromkosten gehabt. Wenn du das überlegst, ich bin 4.400 Kilometer gefahren, nur 140 Euro, das sind zwei Tankfüllungen, also bin ich schon sehr günstig weggekommen. Und da hast du recht, ich habe nämlich nur 3,19 Euro pro 100 Kilometer an Stromkosten gehabt. Wenn ich jetzt das kostenlose Superchargen rausrechne und sage, dass ich da zum Beispiel 30 Cent pro Kilowattstunde gezahlt hätte, dann wären das immerhin 8 Euro pro 100 Kilometer. So für dich zur Info, also am Supercharger zahlst du nicht 30 Euro Cent pro Kilowattstunde, sondern du zahlst 34 Cent pro Minute. Wenn du mehr als 60 Kilowatt Ladeleistung abforderst, sind es weniger, zahlst du 17 Cent. Wie hoch der Kilowattstundenpreis ausgeht, hängt von der Ladegeschwindigkeit ab. Das ist wiederum modellabhängig. Ich habe jetzt einfach mal die 30 Euro Cent genommen, die ich zu Hause am Stromnetz zahle, der Durchschnittspreis für Deutschland. 8 Euro pro 100 Kilometer, das erinnert mich dann fast an die Zeit, wo ich mit meinem Seat Al-Hammer unterwegs war. Da habe ich so ungefähr 7,5 Liter Diesel verbraucht auf 100 Kilometer. Das war im ersten Quartal ein Durchschnittspreis laut ADAC von 1,19 Euro. Da hätte ich also 8,92 Euro gezahlt pro 100 Kilometer. Da sieht man also, wenn man entsprechend teuer den Strom einkauft und man kann jetzt hier natürlich nicht 1 zu 1 das Fahrzeugmodell vergleichen, aber kann es durchaus sein, dass ein Diesel in die Region eines Elektroautos von den Kosten kommt. Wie gesagt, das ist für mich so ein interner Vergleich, denn ich habe den Seat Al-Hammer ja gegen das Tesla Model S getauscht, weil ich a, keine Probleme mit den Fahrverboten wegen der Dieselgeschichte haben wollte, denn ich habe im letzten Monat der verfügbaren Euro 5 Motoren, hier noch den Euro 5 Seat Al-Hammer gekauft. Und deswegen habe ich ihn eingetauscht, damit ich eben dann auch nach Berlin ins Ruhrgebiet und so weiter komme. Und ich habe natürlich geguckt, wie viel kostet das Tesla Model S mehr oder weniger und habe dann über die Verbrauchshochrechnung mich entschieden, dass das Model S günstiger ist. Aber wie gesagt, hier sieht man, ich käme fast in die Region. Es sind zwei unterschiedliche Fahrzeugklassen, wenn man das jetzt allgemein vergleicht, also dementsprechend nur diesen internen Vergleich bitte nehmen. Aber wir müssen ja ganz deutlich sagen, ich habe nur 3,19 Euro pro 100 Kilometer gezahlt und dementsprechend ist das Model S deutlich günstiger, wäre auch jetzt bei dem Fahrprofil der Seat Al-Hammer deutlich teurer gewesen. Und dementsprechend hat sich das also auch wieder im Quartal 1 für mich gelohnt, dass ich das Tesla Model S hier fahre und es macht natürlich auch viel Freude. Auch, wenn ich ganz ehrlich sein muss, im Quartal 1 wieder viel Stress war. Wie gesagt, 3 Wochen war das Fahrzeug in der Werkstatt. Dann hatte ich noch den Unfall mit dem Werkstattersatzwagen. Das ist die Selbstbeteiligung 2.000 Euro, das heißt also ein richtig hoher Betrag, den man da zahlen muss. Und zudem habe ich dann noch 4 Wochen gebraucht, ab Mitte Februar, als dann klar war, dass die Reparaturen nicht alle gemacht worden sind, bei Tesla einen neuen Termin zu bekommen. Also 4 Wochen habe ich gebraucht, um einen Termin zu bekommen. Und jetzt habe ich nach fast 2 Monaten dann auch den Werkstatttermin, sodass dann hoffentlich die Beschädigungen beseitigte werden, die bei der Heckklappenreparatur entstanden sind. und die anderen Dinge noch gemacht worden wären, die vergessen worden sind. Und da sieht man eben halt, dass eine fehlende Qualitätskontrolle bei den Werkstatt- und Serviceleistungen richtig ärgerlich ist. Denn wir hühnern jetzt hier schon seit Anfang Juni mit dieser Heckklappe rum. Und man hätte das durchaus nach dem spätestens zweiten Mal problemlos lösen können, wenn kontrolliert worden wäre, ob die Leistungen wirklich so erbracht worden sind, wie es vereinbart gewesen war. Aber nun gut, das ist ein anderes Thema. Heute geht es um die Abrechnung. Das Quartal 1 war für mich wieder sehr gut, günstig gefahren, viel Spaß gehabt bei der Fahrt. Und auch diese Langstreckenfahrten Kiel, Sölden, das waren 1200 Kilometer, weil wir noch einen Umweg gemacht haben, an einem Tag ist durchaus möglich. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr das Video angeschaut habt. Ich freue mich über eure Kommentare, gerne wieder unter dem Video. Sagt mir vor allen Dingen mal, was ihr so mit eurem Elektroauto, wenn ihr eins fahrt, schon verbraucht. Oder wenn ihr noch einen Verbrenner fahrt, sagt mir doch mal, was eure Kosten so pro 100 Kilometer sind. Das würde mich mal interessieren, ob ich da mit meinem Alhambra mit den 8,92 Euro ganz gut lag oder vielleicht schlechter. Und dass ich das mal vergleichen kann. Ja, falls ihr noch nicht die Glocke geläutet habt, also sprich die Benachrichtigung eingestellt habt, dass ihr, wenn ich ein neues Video poste, informiert werdet, dann macht das bitte. Könnt ihr hier über die Glocke einstellen. Oder wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt doch einfach auf dieses E-Auto-Symbol mit dem Point of Interest. Dann werdet ihr darüber informiert, wenn ich neue Videos mache. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn ihr die Glocke geläutet habt, dann wisst ihr, wann es kommt. Also bis bald. Euer Doug Henningsen.